Na, wo bleibt es denn? Wo wartet es denn? Es dauert immer so ewig. Eine Minute oder so? Wenn man warten muss, ist es lang. Ja, ist ja hier alles hochkompliziert. Ja, genau. Hochkomplexe Arbeitsprozesse, da können die neuesten Spiele nicht mithalten. Dauert das bei FIFA auch so lang, wenn man ein Spiel lädt? Nein. Ja, komisch, das ist eigentlich das Gleiche. Die gleichen Daten sein, oder? Ungefähr. Ah, vielleicht ist das Stadion ein bisschen aufwendiger zu lernen. Weil es hier aus Einzelteilen besteht. Achso, wir wollten ja. Oh, was war das denn? Das ist unser erstes Gegentor. Ich bin ja ein bisschen schockiert. Das ist unser erstes Gegentor. Äh, Highlights? Sind das die Highlights? Moment, äh, meine Maus. Wie soll man das machen, was ich will? Jetzt kann ich wieder nicht, weil da gerade ein Highlight zeigt. Oh, hä, ich muss doch extra nochmal draufklicken. Interessant. Jedenfalls, das ist das Spiel. Ich hoffe, dass er jetzt mal in die andere Richtung geht. Ich will jetzt nicht das erste Spiel verlieren. Das wäre ein bisschen schade. Ansonsten könnten wir immer noch den Einsatz hochschrauben. Wir brauchen noch irgendeinen Verfolger. Ja, das sagst du mir so einfach. Das ist auch einfach. Wir müssen einfach nur den, den Regler hochstellen. Ah, schon. Ja, das hat er. 2-0 Rückstand. Scheiße, was ist denn hier los? Hä? Wie geht das denn? Ja, Abpraller. Und wieder ran. Dann... Weißt du was? Ich mach das jetzt. Dann war ab. Ich geh jetzt hier rein. Ich will doch... Ich will aufholen. So. Ich mach das... Ich klär das gerne früh. Ich hoffe, das klappt. Ja, gut. Dann... Halte dagegen. Äh, das war das. Und jetzt... Ach so. Ja, gut. Während ich das gemacht habe, ist es schon passiert. Gibt's das 2-1? Ja. Gut. So. Äh, wie waren das? Highlights? Hier rein. Alles klar. So. Jetzt auf 100% Einsatz. Das heißt, in der 70. Nächsten ist es nicht wieder tot. Wir haben ja nicht vorher schon mal mit dem Einsatz gespielt und haben es überlebt. Ich glaub, das... Das kann schon funktionieren. Boah. Die wollen uns ärgern hier, die eigenen Leute. Ja, hinten brennt das Lichter, du, Alter. So, jetzt aber, komm. Hä? Naja. Gewagt. Ja. Oh, wie die Chance im Minutentakt. So gar nicht gewohnt. Och, was soll das? Vielleicht liegt das immer noch am Einsatz. Ach, die sind zum Kutal geworden, die Spieler jetzt. Nee. Komm, Hamal. Hamal macht doch Tor, oder? Wir haben wenig, ob er es uns verlassen kann. Oder Lohna, Lohna. Ach, Mann. Grr. Ihr Dreck. Ich werde ungelültig. Ich werde ungelültig. Ja, Halbzeit. Ja, ich. Erst stirbt der Stream und dann die Mannschaft. Fast schon wieder, ey. Da läuft gar nichts. Das ist ja faszinierend. Ja gut, also, ich würde sagen, alles anderes als alles geben hat sowieso keinen Zweck mehr. Äh, ja, genau. Tauscht jetzt erstmal durch. Wuchter muss raus. Genau. So, wir brauchen auf jeden Fall gute Offensivleute, wenn wir jetzt Zore schießen wollen. Ich mein, wir verteidigen, was haben wir davon? Na eben. Okay. Ja, wir liegen 3-1 hin. Das willst du nur machen. Deswegen. So, dann wollen wir mal Dampf machen hier, oder wollen wir lieber nichts riskieren? Äh, nee, das will ich nicht riskieren, ansonsten sind nachher enttäuscht. Wir könnten ja sagen, wir sind angeschlagen, aber nicht K.O. und die Mannschaft darf nicht verlieren. Ja, dann müssen wir zwei Tore schießen. Ja, also willst du nichts riskieren, oder wie? Ich würde nichts riskieren, aber das musst du wissen. Ich bin ja nur vom finanziellen Teil eigentlich verantwortlich. Gut, das darf nicht wahr sein, kommt schon. So, irgendwas muss ich ja sagen, glaube ich. Ja. Dann, ich... Ja, mit Loben ist heute nicht. Kritisieren ist eher. Genau. Richtig. Und motivieren. So. Jetzt hätte ich eigentlich mal die Offensivleute. Egal. Gut, und ab in die zweite Hälfte. Ich bin mal gespannt. Die sind immer noch gut gelaunt, was die Stimmung angeht. Interessant. Ja, so schlimm lässt sie sich auch nicht verderben. Na, gut. Ah, das sieht schon besser aus. Doch, was soll das denn? Doch, nein, ey. Leute. Das versendet ihr jetzt auch noch elf Meter. Das ist ein Geschenk Gottes. Ja. Und dann meilenweit am Kasten. Ah, immerhin. Ja, gut. Was heißt meilenweit? Das waren vielleicht höchstens zehn Zentimeter oder so. Oder zwanzig. Ja, trotzdem, ey. Das war kein Meter. Aber gut, ein Tor fehlt noch. Wird zum Punkt. Vielleicht wird das ja auch noch was. Hättet man eigentlich auch Vorteil weifen können, oder? Hier, drei Leute von uns in der Mitte. Keiner steht dort. Verstehe ich nicht. Manndeckung fuhr. Und dann spielt der Freistoßschützer auch noch auf den Flügel. Während alle in der Mitte stehen. Oh oh. Ey. Oh oh. Naja. Ist nochmal gut gegangen. Jungs. Dürfst du nicht zu oft machen mehr. Wir brauchen noch ein Tor, sonst bringt uns das Spiel nix. Der Trainer hat viele Gründe, sein Spiel auch unzufrieden zu sein. Oh, das ging schnell. Was? Was war das denn? Also Freistoß. Das kam ohne Ankündigung. Okay, wir haben einen Punkt. Wollen wir jetzt runterfahren, oder? Die haben eine gelbe-rote Karte bei denen. Die haben eine gelbe-rote Karte. Jetzt können wir noch vielleicht was reißen. Würdest du runterfahren, oder würdest du trotzdem noch alles geben? Ah, hier ist die nächste Chance. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Jetzt. Ja, jetzt sind die Leute. Jawohl. Dein. Ach, Gott. Ja, bei mir kommt es nur 10 Sekunden später an. Verzeihung. Ach, ja. Okay, wir sind wieder in Führung. Haben ein 3 zu 0, oder was war das? Ne, 3 zu 1 haben wir gedreht. 3 zu 1 ist es genau. Sollten wir 5 zu 3 machen, dann darfst du gerne runterfahren. Na gut. Aber erst mal nicht erst 4-4 kassieren. Na, das geht noch. Wir haben die Talle. Das ist ja auch faszinierend, ne? Erst so ein Rückstand und... Kassierst du vorher kein Tor und jetzt kriegst du vielleicht 3 Dinge, Alter. Jawohl. Gut, jetzt darfst du unser Rahmen. Gut. Aber kann man machen. Ne. Das ist ein Kinderspiel. Erst 3 zu 1 hinten und dann, äh, ja, 5 zu 3 vorne. Es ist interessant. Moment. Achso, man muss hier drauf liegen. Ähm. Ja, beeil dich mal ein bisschen. Dann wollen wir auf 50 Prozent und dann noch weiter runter. Oder auf 0. 30. 30. Ja, mach gleich 0. Man kann es ja ausprobieren. Jetzt 30. Ja, gut. Naja, vielleicht auch nicht. 30. Genau. Ein bisschen sollte man vielleicht auch noch sich anstrengen. 2 Tore sind dann im Endeffekt doch schnell gefallen. Hat man ja gemerkt. Äh, mehrmals heute. So, Highlights. Und weiter geht's. Achso, der wollte uns ja gerade was zeigen. Ja. Aber da war nix. Oder? Doch noch? Boah. Boah. Ja. Komm mal, Leute. Jetzt geht das schon wieder los. Ah. Mensch. Ja, das war's. So, Philipp fragt, wie schafft man das? Und ich kann dir keine Antwort geben darauf. Das war das Spiel. Wie schafft man was? Wie schafft man es, in der ersten Halbzeit so schlecht zu stehen? Keine Ahnung. Wie schafft man das? Wie schafft man das? Wie schafft man das erst so schlecht und dann so gut zu sein? Äh, ja. Und, äh, hallo Jonas. Du hast was verpasst, glaube ich. Oh, ja. Das war ne Schlacht. Oh, nee. Viel Spaß, die Folge nachzugucken. Boah. Uff. Mein Herz. Jetzt haben wir Gegentor gekriegt. Drei an der Zahl. Aber gut. Ja. Wir haben sieben Punkte Vorsprung. Das ist schon sehr solide. Ah, ich bin traurig, dass die Serie abgerissen ist, aber gut. Naja. Ja, das war klar, aber. Wir haben die Punkte. Ich habe, also, wie du vielleicht in der Halbzeit gesehen hattest, ich war nicht besonders optimistisch, dass wir das noch rausholen würden. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Da hat ja nämlich gar nichts funktioniert am Anfang. Wirklich gar nichts. Die Nails. Äh, die Nails. Achso, ja. Na gut. Ja. Das wir gleich morgen machen. Boah. Witzig. So im Nachhinein. So, die, ja, da sind sehr viele Mails. Weg damit. Ich glaube, die waren nicht interessant. Ich habe dann zumindest jetzt nichts Interessantes gesehen. Ja, ich hatte ja schon das gesehen, aber. Was war denn da? Da stand irgendwas mit Hammerle. Da bin ich immer, da bin ich immer ganz hellhörig. Ja, okay. Und besten Spieler. So, okay, dann haben wir gleich. Moment. Jugend dürfte jetzt nichts sein, ne? Genau, das kommt ja immer erst noch. Achso, man sollte vielleicht die Leute aufstellen oder so? Moment, ich stelle die mal sicherheitshalber auf. Ja, das solltest du jetzt mal gern. Also die Jugend, ne? Moment, ich schiebe den mal auf seine Lieblings... Ich schiebe die einmal alle auf ihre Lieblingsposition, da haben sie vielleicht ein bisschen mehr von. Haben sie mehr von und wir offen auf das Spielfeld. So, ein Stürmer, ein Innenverteidiger, ein Rechtsverteidiger, noch ein Innenverteidiger und ein Stürmer. Der muss jetzt aus dem offensiven Mittelfeld so. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber jeder spielt aus seiner Lieblingsposition. Und guten Abend, Spino. Auch du hast heute Abend schon viel verpasst. Oh ja. Vor allem gerade eben. Boah, mein Herz. Das war schön. So, und Philipp schreibt, ich muss immer um den Nichtabstieg betteln. Und Jonas hat mal wieder keine Benachrichtigung bekommen. Schade. Also, dass du keine Benachrichtigung... Also, beides ist schade. Also, dass wir Benachrichtigung, das... Ja, gut, das ist ja relativ. Also, wir mussten den ganzen Kack ja nochmal neu starten gerade eben. Und die Autokorrektur von Spino hat dich Malta genannt. So wie es aussah. Ja, ist mein Land. Das habt ihr schon richtig erfasst. So, die Mannschaft steht mit 21 Punkten noch ungeschlagen auf einem Auflegsplatz. Bisher läuft alles bestens. Das stimmt allerdings. Ja. Außer die Defensive im letzten Spiel, aber gut. Ähm... Ja, was soll man sagen? Die Platzierung ist nur noch nicht aussagekräftig. Ich hätte schon gern was Optimistisches. Ist natürlich toll. Das kommt nicht von ungefähr. Das ist ein klares Rezept. Die, das springt für jeden anderen ein. Das klingt doch gut. Schön alle loben. Ja, genau. Jawohl. Obwohl, die Stimmung brauchen wir vielleicht nicht unbedingt im Moment. Ach, hier ist noch eine Frage. Am wichtigsten ist eine gute... Achso, erstmal die Frage. Ich hoffe, ich habe Ihnen diese Frage nicht schon gestellt. Aber was ist eigentlich das Geheimnis erfolgreichen Fußballs? Ja, deine Antwort müsste ich ja jetzt schon kennen hier. Äh... Ne. Am wichtigsten ist eine gute taktische Ausbildung. Abwehr. Was ist bei einer Fünferkette wohl bei dir immer das Wichtigste? Stürmer die Tore machen. Denn irgendjemand muss ja, der muss es ja machen. Bei so vielen Abwehrspielern. Ähm... Bei den Stürmern entscheidet bei uns die Qualität. Bei den Abverteidigern die Quantität. Ähm... Ja, ich glaube, ich nehme gerne das hier. Ich weiß aber nicht mehr genau, was es gebracht hat. Aber wir haben so viele Abwehrspieler, könnte man das eigentlich auch sagen. Ja. Wollte gerade sagen. Wir haben ja gar keine Abwehrspieler. Das ist eine halbe Mannschaft mit Abwehrspielern. Machen wir mal. So. Ach ja, und dann fragt Spino, wie geht's euch so, fragt er. Und ich sage, mir geht's gut. Und bei Malte hört man das vielleicht, wie es ihm geht. So ein bisschen. Ja, so ein bisschen kränklich. Genau. Das Schlimmste ist überwunden. Ich hatte jetzt die tollsten Weihnachtsferien meines Lebens. Ich lag vom ersten Weihnachtsfeiertag bis vor ein paar Tagen flach. Ah, das ist super. Da kann man sich gut erholen. Ja, super. Und auch Killerkeks ist wieder da. Hallo Killerkeks. Arbeitnehmer zum Beispiel dürfen, wenn sie in ihrem Urlaub krank werden, sich den Urlaub nochmal neu nehmen. Ich als Schüler darf das nicht. Ich muss dann wieder zur Schule. Ja, das wäre schön. Dann denken sie mich doch am Arsch. So. Kein Einsatz gegen die eigene Jugend. Dann wieder nach... Naja, es sind eigentlich alle relativ frisch. Obwohl solche Leute wie Streib kann man vielleicht rausnehmen. Aber die meisten kann man ja fast schon drin lassen. Kral für... Komm, Quandt darf mal ran. Der war schon so lange nicht mehr. Dann... Ja, alle U95, ne? Oder was hättest du jetzt gedacht? Ach, ich mach einfach mal, solange es geht. Hahn rein. Bis wir die... Perfekte... Die frische Aufstellung haben oder so. Dann... Äh... Kannst du hier noch jemanden tauschen? Moment, ich schau kurz. Ja, hier... Naja, obwohl... Egal. Machen wir einfach mal. Ja, Meichelböck wär's gewesen, aber okay. Dann machst du auch... Ja, der ist nicht ganz so frisch. Aber gut, dann nehmen wir ihn. Das passt von der Position besser. Ich glaub, es reicht erst mal. Ja, äh... Könnt ihr vielleicht noch... So tauschen. Ja, auch immer. Bum... Danke fürs Ertragen des Videos für heut. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Potten gehen Und fandest du es scheiße, war's deine Wahl der Qual Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal